Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays. Viele haben danach gefragt, endlich mal wieder ein WW2 Video. Heute habe ich den Raptor mit am Start. Jo Leute, was geht ab und wir zocken heute ein bisschen Liga. Genau, wir zocken ein bisschen Liga. Ja, ähm, ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass man in einem Spiel endlich zu Viertliga spielen kann. Dann wird auch deutlich mehr WW2 auf diesem Kanal gekommen, denke ich mal. Das Problem ist halt einfach jetzt gerade, dass es nicht geht. Okay, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, was für ein Modus kommt. Ich hoffe, ähm, ja lass mal Sainte-Marie, oder? Ja, sicher? Oder was willst du? Ich würde Adana sagen. Okay, danach nehmen wir Adana, komm. Okay, Such und Zerstören auf Adana Forest wird die erste Runde sein. Ich habe das Spiel seit ein paar Wochen nicht gespielt, aber ich denke mal, es sollte kein Problem werden, das zu gewinnen. Ja, Digger. Boah, ich glaube, ich mache den schnellen Hasen, oder? Ich weiß noch nicht. Ja, ich glaube, ich mache auch den schnellen Hasen, Digger. Ja, die Gebirgeklasse wird ausgepackt. Sound geholt wird natürlich auch. Gucken wir uns mal die Gegnernamen an. Ja, drei von den könnten sogar, na, bin mal gespannt. Ich werde B-Pushen, okay? B-Pushen? Ja, ich werde B-Pushen, Digger. Okay, ich komme mit dir. Okay, hast du eine AR oder hast du eine SMG? SMG. Okay. Ich habe das Gebirge, du auch? Oder hast du... Nee, ich habe Luftlande. Okay, ich habe es vorne vorgenaillt. Einer ist hier. Oh mein Gott, als ob ich ihm das gebe. Nein! Ich habe ihm fast den Zeit an seines Lebens gegeben. Schade, Digger. Boah. Ist der bei B rein, oder? Ja. Holy shit. Weiß, der Teammate macht alles, Digger. Perfekt. Nichts tun. Rechts, Nade, links laufen. Was hätte man machen können. Jawohl. Ist der erste Gebirge. Ah, hinten snipet einer, okay. Richt so ein Ars, snipet jemand. Okay, warte. Ich sehe ihn. Ich habe den. Ja, Cut könnten die kommen. Oder halt von hinten. Ich habe mich jetzt auch von hinten entschieden. Ja, Cut habe ich. Da ist einer. Hab den. Ich komme von hinten jetzt. Hier ist noch einer. Hab den. Okay. Ich blende. Ich nade hinter, also ganz hinten durch bei B. Ja. Teamkills oder so gehen eh nicht. Achso, geht das nicht? Nee. Haben die Flieger extra ausgemacht. Finde ich auch gut so, Digger. Im BO3 hat es so abgefuckt. Ich lege hier. Ich habe hier alles. Okay, ich habe die Mitte. Scheiße. Reaction, Zeichen, Hohmann, Taprezia gemischt. Das ergibt einen Imp-Skorpion. Oh, 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 oh. Der wurde schon hart geschwellert, der Typ. Guck mal, ich bleibe. Ich bin einfach rein Magnet, Digger. Mmm, lecker. Zack. Drei Mitte. Drei Mitte? Noch ein. Drei. Ich hätte jetzt schon die Bombe. Falls die durch Cuts sich retten. Let's go. Drei zu null. Nee, das ist guck, wie schön das ist, Digger. Die sind einfach alle. Oh, mein Gott. Ja, Digger. Oh. Ja. Oh. Die wollte ich noch so weak machen, Digger. Er hat sich vorher schon umgedrückt. Er war bereit für den Gunfighter. Also ready. Ich glaube, der Marcel, der snipet jetzt mal ein. Mit der K98. Nice, Digger. Let's go. Und ich glaube, der Marcel weiß auch schon, wo er hingucken muss, um einen zu snipen. Ah, ha. Let's go, Digger. Ja, neben hier ist einer. Ja, ich bleibe die Bombe auf B. Oh, mein Gott. Nice. Das wird nicht gebraucht, hier, Mann. Let's go. Digger, der Snipe war so geil mit Ansage, oder? Ich wusste irgendwie, dass er da nochmal da hinkommt, eben. In der K40-mäßigen Waffe kann er mich gar nicht besiegen. Reiß, Digger. So. Let's go. Ich würde sagen, die machen wir schon gut hier. 4-0. Ja, die werden richtig geraped, Mann. Ich habe auch noch Fullstreaks jetzt. Das ist sehr schön, Dominik. Ja. Vielleicht habe ich ja noch einen, Dominik. Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Ja, komm, Digger. Ich würde sagen, du snipest einen auf B, du. Ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Oh, ja, du. Einfach runterlähmen und dann ist er weg, du. Komm. 1, 2, 3. Oh, bei mir war ein Gunfall. Wirklich ein Millimeter daneben. Ehrlich jetzt? Ja, wirklich. Und ich hatte genau dann einen Gunfall, Digger. Wie creepy ist das denn? Boah, wie er hier. Der wird das so safe. Ich glaube auch, dass er das holt. Stormwind ist sogar rausgegangen. Jetzt haben wir 3 gegen 4. Nein, jetzt aber nicht chocken. Okay. Das ist aber der schlechtere. Aber ich glaube, der weiß, dass der andere jetzt von da kommt. Ja. Ja. Oh mein Gott, der ist so gut, Digger. So ein Aim. Guck mal, wie schlau er ist. Ja, er macht es schlau. Meinst du, er holt? Ja. Echt? Ja. Oh mein Gott, Digger. Oh mein Gott. Digger. Sweet's fucking B, Digger. Sweet. Und jetzt sind wir 3 gegen 4, Digger, ne? Ah. Weil Stormwind ist leider rausgegangen, oder wie er hieß. Wir finishen das jetzt hier mit einem gediegenen 6 zu 0. Nade kommt wie immer in die Mitte. Nichts gehittelt, man kennt ihn. 2 bei B. Ja, ich bin tot. Nice, Marcel. Bommel liegt da, ne? Ja. Ich hätte jetzt auch challengen können, aber ich versuch's lieber so. Ich versuch's smart zu machen, Digger. Ich halte mir. Sauber. Ach, hä? Ja, aber er stand da die ganze Zeit, Digger. Oh mein Gott, traurig. Ich tobe das 1v2 wieder. Wir sind 3 gegen 3 auf jeden Fall insgesamt. Oh. Ist jetzt auch... Ah, okay. Bei den Gegner ist auch jemand draus. Digger. Der Typ spielt so mit ihm, ne? Macht Kaninchen-Taktik. Oh. Hat er echt gut gemacht, ne? Ja, hat er echt richtig gut gemacht, Digger. Steppen die nochmal ab. Jetzt kassieren wir das absolute Comeback. Wenn das passiert, dann... Was mach ich dann? Ja, das hab ich euch schon 3 Mal gesagt. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ja, Bodyshue sind... Da krieg ich mir mein Blue Yeti in den Hintern. In den Hintern? Ja. Okay. Oh, da hab ich einen. Der andere ist weak. Oh, ich bin so schlecht. Hab den hinter dir geholt. Warte, warte, warte. Warte, ich mach jetzt richtig Müll. Ja, komm. Komm, komm. Nein, der stirbt nicht dadurch. Ich hab extra ne Artillerie da einfach hingehauen. Ich müsste durch mich sterben, wenn ich's richtig berechnet hab. Nee, der ist nach hinten gelaufen. In Spawn. Ja, er ist Mitte. Nee, hier bin ich ihm entgegengekommen. Hier ist er nicht. Ja, nee, nee, nee. Auf der anderen Seite in Spawn. Er ist jetzt Mitte gewesen. Er hat jetzt eine One-on-One-Situation ist, Digger. Wie geht das denn? Welcher lebt noch? Ähm, der Gute. Kade. Oh, mein Gott, dieser Nerox fickt mich absolut jetzt. Unlucky. 5-3. Nein, Digger. Nein, es klingelt. Mein Essen ist da, glaub ich. Ich hab einen. Warte, ich leg mich hier kurz hin. Warte. Ja, der läuft gerade hoch. Es kann nicht sein, komm. Hahaha. Ich hab gerade im Flehen. Einer Mitte, einer Mitte, oh Gott. Das war Team. Einer ist A drin. One-Shot. One-Shot. Einer bei A. Einer ist bei B. B hab ich. B hast du. Einer ist noch A drin. Wo ist der? Der steht da. Nein, ich hab ihn so angeschossen. Der eine ist so weak. Fuck. 5-5. Okay. Okay, Marcel. Alles oder nichts, Baby. Digger. Fuck it, Mann. Nein, ich bin gestunnt. Ich bin gestunnt. Egal, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Hau nur ab. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab den hinter dir. Einer ist B oben. Ich bin hinter den. Ja, der guckt zu dir. Ne, der guckt zu mir. Der ist One-Shot. Hab den. Und der andere ist auf unserer Seite. Der aimt links ab. Der Mate ist hinter ihm eigentlich. Der ist weak. Der ist weak. Ihr habt den eingekesselt. Der Sound. Let's go, ihr Hams, Digger. Let's go, Digger. Round 11, Digger. Let's go, Mann. Okay, Leute. London Dogs ist angesagt. Stellung. 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 Jetzt geht's. Alter, war das laut. Holy shit. Okay. Jetzt geht's los. SMG wird ausgepackt, Leute. Gucken, ob wir's gewinnen. Stellung wird wahrscheinlich einer von euch im Begriff sein. Nehm's. So, die Nate kommt erstmal. Ja. 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 Einer ist bei den Stairs. Ja. Einer ist bei den Stairs. Ja, so. Cut. Pass auf, die kommt Cut. Ja. Er hat mich absolut... Hagen, Digger. Ja, es kommt keiner von hinten. Das habe ich alles. Ihr müsst nur vorne schauen. Okay, vorne habe ich perfekt. Straight Cash habe ich auch perfekt. Straight Cash. Hallo. Hrei. Bei hinten. Cut habe ich. Ah, warte. Einer ist noch hinten. Einer ist noch hinten. Der ist absolut One-Shot. Der kann euch eigentlich nichts tun. Ich habe ihn genaded bei dir im Hintergrund. Nice. Lol. Einer noch hier vorne, Abin. Oh mein Gott, Digger. Wie habe ich das überlebt? Ich habe so Bugs Bunny-Taktik gemacht. Noch einen aufspawn. Ich gucke Cut. Digger, wir haben die Stairung so perfekt bis jetzt gespielt. Ja. Ja, wir halten die komplett sexy. Wieder drei Dogs. Hab zwei. Oh mein Gott, Digger. Was habe ich ihm für ein Gerät gegeben? Die Sportlehrer. Ich weiß nicht, die Sportlehrer geben echt viele Geräte raus, Digger. Ja. Zum Beispiel den Barren, an dem ich echt nichts drauf hatte. Barren? Du meinst, als du noch fett warst? Ja, da hatte ich wenig drauf am Barren, Digger. Der hielt mich zum Narren. Oh. Oh mein Gott, Maschine. So, Streaks ist da. Okay, next. Next, schon mal genaded. Komm. Ja, Digger, Schluck. Oh mein Gott. Lol, Digger. Wir rapen die ja komplett gerade. Ja, die werden komplett weggehauen. Komplett. Anders machen wir die fertig. Oh, den Double-Kill. Oh, den Streepies. Let's go. Ich glaube, hier kommt gleich ein Pilot reingeflogen. Nice, Digger. Ich liebe es, gegen den Turm zu fliegen am Ende. Bist du gegengeflogen? Ja. Die Artillerie hat den so alles versaut. Die kommen da gar nicht raus, Mann. Jetzt kommt der raus und wird direkt gekillt. Die werden ja so geratet. Das ist ja echt nicht mehr lustig, was mit denen gerade abgeht. Mal ein, hier ist der. Ich mach richtig Batman-Taktik. Oh mein Gott. Das war ein Shot. Nice. Ah, ist schon einer gequittet. Wird noch schwieriger jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass man da quittet, Digger. Nice, Digger. Du hast den so geratet. Da war noch sechs Schuss. Haben wir noch Schrägschuss. So auf Plan mal ein Match holen, Digger. Wenn das natürlich so anfühlen würde. Das wäre krass. Ballereien in die Scheiße da, wie ein weiser Mann eins sagte. Ja. Ich glaube, Elvis Dumbledore hat das damals gesagt. Ja, ich glaube auch, Digger. Im siebten Teil, kurz bevor er runtergeflogen ist vom Turm. Ja. War das im siebten Teil? Ja. Im sechsten. Im sechsten. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Einen habe ich dir noch weggenommen von denen. Boah, ich würde sagen, das war eine nice Runde hier von Rattorius und Marcel. Ja, die waren lecker, Digger. Der wurde schon hart gespielt mit den Jungs. Welche Szene war das? Ach ja, das war der Batman-Kill. So, von oben. Und jetzt, pass auf, Digger. Dann dachte er sich, da ist noch einer. 100 Taprizi, wird ausgep... Guck mal, immer noch im Flug, Digger. Absolut Jetpack in COD. Jetzt ist es sicher. Das ist, es ist confirmed, Digger. Nächstes Tier ist Jetpack. Nee, das, WW2 wird noch Jetpacks später reingepatcht. Ah, stimmt doch, ja. Ja, du hast recht, Digger. Stellt dir das vor vor, Digger. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war das Video. Lasst doch gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt den Kanal von Rattorius gerne ab. Das ist ja lieb, Digger. Das ist ja echt lieb, Mann. Gut gemacht, Verdaten. Geht nach hinten und ich habe jetzt nicht weiter verstanden, was der Typ gesagt hat. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.